Püppi fühlt sich richtig wohl. So fein putzt du dich und die Sonne scheint auf dich. Du hast den richtigen Platz da, nicht? Na, wo geht der Linus hin? Was sucht der Linus da? Kommt schon wieder. Feine Püppi. So eine feine Morgentoilette machst du. Jetzt ist die Sonne gleich weg und dann wird es richtig kalt. Na, bist du fertig? Und wer kommt hier wieder gucken? Linus. Hasekind. Hasekind heißt du ja auch. Hüste Püppi geht jetzt weg. Er hat sich jetzt geputzt. Die Sonne ist weg. Da muss er ein bisschen rumlaufen, damit sie nicht kalt wird. Und du? Und du? Ja. So ein Wind. Ist gar nicht so schön. Und was macht unser Katermäusi? Wollen wir mal gucken? Er sitzt hier. Er sitzt hier. Hat sich zusammengekauert. Du musst in die Sonne gehen. Die kommt wieder. Katermäusi. Nein? Linus ist am Wandern. Weg ist er. Aber da ist unser Püppchen wieder. Ja. Leg dich wieder hin. Die Sonne ist wiedergekommen. Und Linus kommt auch wieder. Hier ist er schon. Er hat heute Morgen so viel gegessen. Der muss ein bisschen rumlaufen. Sonst wird er wieder zu dick. Er konnte gar nicht genug bekommen. Er konnte gar nicht genug bekommen. Maar great. Und die Sonne. Das ist ja auch.